Ich hab jemanden kennengelernt. Echt? Ja, beim Gedenkgottesdienst für Chris. Kenn ich dich? Kennt hier jemand dich? Er ist irgendwie anders. Anders ist gut. Das ist die vierte Beerdigung in dem Monat. Wenn ich sie hier nochmal sehe, rufe ich die Polizei und melde an. Marcus? Das ist mein Freund Marcus. Freut mich, sie kennenzulernen, Marcus. Ganz ihrerseits, da bin ich mir sicher. Danke, dass du mir aus der Patsche geholfen hast. Ich bin Inaq. Ich bin Annabelle. Kannst du den Jungen von der anderen Beerdigung? Ja, ich arbeite im Krankenhaus ehrenamtlich. Gib Gas, Ryan! Du kennst einen von denen? Nein, Hiroshi und ich gehen nur gern um. Wer ist Hiroshi? Er ist ein... Geist. Ein Geist? Stellst du ihn mir vor? Wieso sieht sie aus wie ein Junge? Er hat gesagt, dass du echt holl aussiehst. Hab ich nicht. Danke, Hiroshi. Willst du über Inaq reden? Es wird langsam kompliziert. Das mit der Arbeit im Krankenhaus war gelogen. Ich bin der Patientin. Ist das okay? Machen Sie sie gesund. Ich glaube, Sie verstehen das nicht. Machen Sie sie gesund! Es gibt so einen Singvogel, der immer, wenn die Sonne untergeht, glaubt, dass er stirbt. Und wenn er morgens aufwacht, ist er total geschockt, weil er noch lebt und fängt an, ein wunderschönes Lied zu singen. Seit ich dich kenne, singe ich jeden Morgen.